Crystal Lake Folge 6 Befund Happy End von Annabelle Nolan Es liest Jeshim Maisheit Prolog Das war ein ganz schön langer Aufstieg, stellte Lena fest und ließ den Blick über das mittlerweile grüne Tal schweifen. Dort unten war der Frühsommer eingezogen, während hier oben am Old Lady Ridge noch immer Schneeflecken auf kargem Geröll lagen. Sie hatten über die Baumgrenze hinaus das letzte Stück über Felsen klettern müssen, aber es hatte sich gelohnt. An einem klaren, sonnigen Tag wie diesem war die Aussicht einfach fantastisch. Nur wehte hier oben ein bedeutend kühlerer Wind als im Tal. Lena schlug fröstelnd den Kragen ihrer Wanderjacke hoch und lächelte Mark zu, der neben sie auf das Felsplateau getreten war. Aber das war es wert, sagte Mark leise und lächelte. Hier hat alles angefangen. Ja, natürlich. Lena tippte sich mit dem Finger an die Stirn. Dein Unfall, das war hier. Genau hier. Hat sich vor ziemlich genau sechs Monaten mein Leben komplett verändert. Lena schob sich eine widerspenstige Locke hinters Ohr und musterte Mark aus dem Augenwinkel heraus. Das war der Mann, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hatte, trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten. Das war der Mann, der sie bedingungslos glücklich machte. Sie liebte den Schwung seiner Nase und das zarte Lächeln, das seine Mundwinkel ganz leicht nach oben zog. Lena. Mark griff nach ihrer Hand und sie schob ihre Finger zwischen seine. Ich muss dich was fragen. Ja, Mark? Sie drehte sich zu ihm um und er griff auch nach ihrer anderen Hand, während er hörbar tief einatmete. Lena, ich werde nicht auf die Knie fallen oder so. Das fand ich schon immer blöd. Nicht, weil ich nicht vor dir knien würde, sondern weil er schluckte. Weil ich finde, dass das eine Entscheidung ist, die zwei erwachsene Menschen gemeinsam treffen sollten und ich finde, sie sollten dabei auf Augenhöhe miteinander reden. Das sagt viel darüber aus, wie es weitergeht und naja, also ich sehe das so. Und deshalb ist das eine Feststellung und auch eine Frage und es steht dir frei, dasselbe festzustellen oder eben auch nicht. Er ließ sie wieder los und fuhr sich durchs Haar. Mark, du sprichst in Rätseln. Lena runzelte die Stirn. Weißt du, sagte er leise, Ich habe das schon mal eine Frau gefragt, mit Hinknien und teurem Ring und allem drum und dran. Und da ging es gar nicht um die Frage an sich, sondern nur darum, wie viel der Ring gekostet hat und ob ich auch gut aussehe, wenn ich knie, ob ihr Kleid sitzt und der Wind ihr nicht die Frisur ruiniert. Das will ich nicht noch einmal. Wenn du das allerdings willst, dann... Er biss sich auf die Lippe und Lenas Herz machte einen deutlichen Hüpfer. Nein, nein, will ich nicht. Was? Jetzt sah Mark irritiert auf. Nein, also... bealte sich Lena zu sagen. Also ich will nicht, dass es um den Ring geht oder eine teure Hochzeit. Ich will auch nicht, dass du kniest. Entweder wir knien beide oder wir stehen beide und... Willst du mich heiraten, Lena? Willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Also ich kann mir das ganz gut vorstellen und ich mir auch... fiel ihm Lena ins Wort. Dann ist ja gut. Na dann können wir ja wieder absteigen, sagte Lena gespielt gleichgültig. Mark begann herzhaft zu lachen und Lena stimmte ein. Dann blickten sie sich einen Augenblick lang schweigend in die Augen und Lena wurde sehr warm ums Herz. Mark kannte sie inzwischen so gut, dass er genau wusste, dass sie auf Konventionen nicht viel gab. Weder hatte sie Interesse an teurem Schmuck, noch hatte sie sich jemals gewünscht, dass ein Mann vor ihr auf die Knie fiel. Und das Schöne daran war, dass er sie nicht nur so gut kannte, dass er all dies wusste, sondern dass er ebenso empfand. Zwei Herzen im selben Takt, dachte sie. Das passiert nicht oft. Das muss ich festhalten, so gut ich kann. Langsam beugte sich Mark vor und legte seine Lippen auf ihre, bevor sie ihre Arme um seinen Hals legte und sich seinen Kuss hingab. Mark zu küssen hatte sie längst süchtig gemacht. Erstes Kapitel Alana starrte an James vorbei aus dem Fenster. Die Sonne erwärmte bereits so, dass sie morgens den Mantel über ihrem Blazer weglassen konnte und in ihrem Vorgarten hatte der Frühsommer das karge Gestrüpp in ein Blätter- und Blütenmeer verwandelt. Das beschwingte Alana. Auch wenn sie den Winter mochte, spürte sie zu dieser Zeit des Jahres einen besonderen Zauber. Siehst du das auch so? James sah sie jetzt fragend an und Alana spürte, wie er das Blut in die Wangen schoss. Sie hatte nicht zugehört. Zu ihrer Überraschung lächelte James ganz leicht und wiederholte, die restlichen Patientenzimmer des neuen psychotherapeutischen Zentrums können wir auch zeitiger fertigstellen als gedacht, wenn die Auslastung weiterhin so gut ist, nicht wahr? Alana nickte und räusperte sich, bevor sie den Blick über alle Gesichter der wöchentlichen Leitungsrunde schweifen ließ. In der Tat ist die Auslastung vielversprechend. Wir können bis auf weiteres die freien Zimmer im Reha-Zentrum belegen. Allerdings ist die Nachfrage sehr groß, so groß, dass wir eventuell eine weitere Stelle für einen Psychiater schaffen können und sicherlich für den Winter eine Maximalbelegung erreichen. Sogar das Aspen Medical überweist uns Patienten. Wir haben einen guten Start hingelegt und ich habe bereits einige Konzepte, wie wir unser Angebot noch erweitern können. Mehr Infos dazu kann ich dann nächste Woche liefern. Alana sah wieder auf den Block, der vor ihr lag, während James mit dem nächsten Tagesordnungspunkt fortfuhr. Es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren. Immer wieder schälte sich Randall Murrays Gesicht aus dem weißen Papier, bis Alana schließlich die Augen schloss. Zweimal in den letzten Wochen hatte sie versucht, ihre heimliche SMS-Romanze mit ihm aufzugeben. Zweimal war sie gescheitert, war rückfällig geworden, wie jemand, der verzweifelt auf Diät ist und an keiner Bäckerei vorbeigehen kann, ohne ein Stück Kuchen zu kaufen. Nach dem Scheitern der Vergleichsverhandlungen und nachdem Ryan für Randall Klage eingereicht hatte, war aus ihrem Spiel mit dem Feuer ein Tanz auf dem Vulkan geworden. Noch nie hatte ein Mann sie so angezogen, noch nie war sie immer wieder kurz davor, alles hinzuwerfen, was ihr wichtig war, nur damit sie für ihn frei wäre. Tatsächlich hatte sie mit dem Gedankengespiel zu kündigen. Und natürlich hatte sie diesen Gedanken wieder verworfen. Nicht jetzt, wo das Crystal Lake am Rande des Abgrunds stand und das neue psychotherapeutische Zentrum die einzige Hoffnung auf schwarze Zahlen war. Ausgerechnet jetzt, das sinkende Schiff zu verlassen, kam für sie nicht in Frage. Und dennoch, die Sehnsucht nach Randall ließ sie nicht los. Danke, das war's für heute. Allgemeines Stühlerücken und Getuschel. Auch Alana erhob sich und lächelte James kurz zu, bevor sie den Sitzungsraum verließ und in ihr Büro zurückkehrte. Gloria, ich mache Mittagspause, keine Anrufe bis 13 Uhr, bitte. Sehr gern, Miss McGinty. Gloria nickte ihr freundlich zu, bevor Alana ihre Bürotür hinter sich schloss, seufzend aus ihren Perms schlüpfte und sie unter den Schreibtisch stellte. Dann trat sie ans Fenster und sah auf das Tal hinunter und auf Woody Creek. Ihr Smartphone vibrierte leise in ihrer Rocktasche. Verrätst du mir, was du heute anhast? Sehr witzig. Was machst du heute Abend? Essen? Baden? Schlafen? Morgen früh ist Personalversammlung. Da muss ich früh raus. Sie versuchte es immer noch. Sie gab sich alle Mühe, ihn zu langweilen, in der vagen Hoffnung, er würde aufgeben, würde ihr nicht mehr schreiben. Aber Randall Murray war zu klug dafür. Das wusste sie auch. Klingt nicht gut, du brauchst Abwechslung. Wie wäre es mit einer Partie Fernscrabble? Alana sah belustigt auf. Randall fiel immer wieder etwas Neues ein. Dr. Russ? Emma sah auf. Eine junge Frau stand im Türspalt zu ihrem Sprechzimmer. Ja? fragte Emma. Entschuldigung, ich hatte dreimal geklopft, aber... Emma lächelte freundlich. Ja, tut mir leid. Kommen Sie herein. Ich war ganz versunken. Ich will Sie nicht stören. Vielleicht sollte ich besser wieder gehen. Unschlüssig trat die Frau von einem Bein auf das andere, während sie Emma prüfend musterte. Aber nein, Sie stören nicht. Dr. Lina Summers, ich bin Orthopädin drüben in der Chirurgie. Dr. Lina Summers, ich bin Orthopädin drüben in der Chirurgie. Dr. Lina Summers, ich bin Orthopädin drüben in der Chirurgie. Dr. Lina Summers,